Moin Leute, hier wieder euer Dominik. Heute habe ich euch mein absolutes Highlight mitgebracht. Und zwar der Enoskopsatz mit Schwenksonde um 180 Grad schwenkbar. Mit der Artikelnummer 4812-21-5AF. Das Gerät eignet sich super für kleine Lokalisierungsarbeiten. Man kommt in die kleinsten Ecken rein, man muss keine großen Löcher machen. Aber die weiteren Features kommen jetzt. Kommen wir erstmal zum Grundgerät. Also was haben wir hier? Wir haben hier ein 5 Zoll Display. Was ich schon sehr groß finde, dazu ist auch noch zu sagen, die Auflösung ist wirklich 1A. Es ist, egal ob bei Sonneneinstrahlung oder nicht, in den dunkelsten Ecken. Man kann es heller und dunkler stellen, man sieht immer perfekt da drauf. Das Design, sehr schön designend, sehr robust vor allem, ist spritzwassergeschützt. Was ich auch noch sehr klasse finde, ist auf jeden Fall der 180 Grad schwenkbare magnetische Fuß. Also man kann es sich immer so stellen, drehen, wenn, wie man will. Es ist immer so, wie man es braucht. Finde ich top. Das Gerät ist ganze 4 Stunden einsatzbereit. Sprich, durchgängiger Einsatz ist möglich damit. Das Ganze kriegen wir oben angezeigt bei einer Akkustanzanzeige, dass wir immer wissen, wo wir gerade dran sind, wie voll der Akku noch ist. Dass wir dann noch rechtzeitig aufladen könnten, um dann nicht dumm dazustehen. Das Ganze wird aufgeladen über USB-C an der Seite. Darüber läuft auch der Datentransfer. Weiterhin ist noch direkt daneben ein HDMI-Ausgang, sodass Videoübertragungen oder Bildübertragungen dadurch möglich sind. Mit dem Grundgerät sind Arbeitsbereiche oder Arbeitstemperaturen von 0 bis 45 Grad möglich. Haben wir die Sonde oben noch angeschlossen, erhöht sich außerdem die IP-Klasse auf IP67, was wasserlich bedeutet. Das finde ich ein guter Hinweis an dieser Stelle, da auch gerade in unserem Bereich SHK oftmals Wasser fließen kann, spritzt irgendwo rum. Aber unser Gerät ist sicher. Das ist schon mal sehr gut. Was sich jetzt viele fragen, was kann ich denn damit? Kann ich damit jetzt Fotos oder Videos machen? Wir können beides damit machen, Fotos und Videos. Zusätzlich können wir dann noch direkt das jeweilige Foto oder das Video im Gerät umbenennen, dass wir direkt den Kundennamen eingeben können. Außerdem können wir dann noch direkt den Zeitstempel einfügen, sodass die Versicherung zum Beispiel direkt sieht, von wann ist das Bild und wo ist es gemacht worden, was wir halt über den Namen direkt herausfinden. Zusätzlich ist eine Spiegelung des Bildes möglich oder auch die Negativaufnahme. Was ich auch noch ganz cool finde, man kann zum Beispiel direkt sein Firmenlogo auch mit auf das Bild draufsetzen oder auf das Video. Ist ein cooles Gadget, finde ich schön gelöst. Kommen wir zu der Sonde, was das Ganze natürlich erst abrundet. Hier ist es direkt zu erwähnen. Wir haben eine 180 Grad Schwenkung, was uns ermöglicht, auf gerade mal 38 Millimetern Schwenkradius zu arbeiten. Bedeutet, wir können mit der Sonne, die gerade mal 4,5 Millimeter dick ist, durch die Wand gehen, ein kleines Loch vorher bohren, reinschieben und haben dann die Möglichkeit, auch gerade mal 38 Millimetern umzuschwenken. Finde ich schon echt klasse, sehr bemerkenswert. Das Ganze leuchten wir noch mit einer 5-fach LED aus, was dann noch dazu hinzuträgt, dass wir eine sehr hohe Auflösung haben, was das Gerät so schon bietet, plus das Licht noch dazu, optimal. Außerdem arbeiten wir bei Betriebstemperaturen von minus 10 bis 60 Grad damit. Vollkommen ausreichend, muss man sich keine Gedanken machen. Außerdem können wir noch bis IP67 damit arbeiten. Auf Rohrdurchfahrung oder sonst was ist damit möglich. Das Ganze lässt sich wirklich kinderleicht mit der Steuereinheit bedienen. Angeschlossen ist ein 1 Meter langes Kabel, vorne mit der schwenkbaren Sonde. Wir schwenken über das Verdienelement, die Sonde vorne, können auch die Helligkeit einstellen, können das Foto oder das Video machen. Das Ganze lässt sich noch feststellen, sodass man nicht aus Versehen dann wieder verwackelt und das Bild unscharf wird. Von daher, das ganze Set ist für mich eine klare Kaufempfehlung. Ich finde es super klasse, für mich ein Muss, um vernünftig arbeiten zu können. Von daher, bis dahin, euer Dominik. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, dann klickt ganz einfach hier. Wenn ihr mehr über die Werkzeuge von HZ im Bereich SAK erfahren wollt, dann klickt hier.